Warte, kommt nochmal, oh, oh, oh mein Gott! Komm, Blitzschlag, jawoll, schau ich noch raus und ich leb immer noch und hol den auch noch, let's go! Was geht YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wer stirbt, gibt weiter, das hab ich ja schon mal gemacht. Heute sind wieder zwei Impact Mimber dabei und zwei Einbrot und Massi sind hinter mir und ich werde gleich so hart gefakt. Wir spielen heute Black Ops 2, einfach weil die Jungs da auch Bock drauf haben und Black Ops 2 zur Zeit einfach so ein bisschen im Hype ist wieder und deswegen muss das auf jeden Fall sein, Leute. Wir spielen hier mit der wunderschönen Mandy, aka die MP7, wer noch weiß, dass die Mandy heißt, der ist jetzt schon mal einen aktiven Like da. So, Digga, ich mach das einfach direkt straight, die Nuklear und dann ist es sowieso vorbei hier, Digga. Rechts von dir. Na, okay, wer ist dran? Ich werde jetzt so die Nuklearen droppen, ihr werdet niemals drankommen, bevor ich richtig sitze, wir schauen tot, glaube ich. Habst du ein Pranschen? Da liegt eine Iron. Nein, ich muss snipen, Digga. Nein, ich muss snipen, Digga. Oh, ja, chilliges Snipen. Kommt der denn her, Digga? Chilliges, er wird sowas. Oh, chillig, Digga. Nein, oh, er warf ich nicht. Er warf ich nicht. Nein, 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 nein. Ich hab die Empfindlichkeit, bevor ich mich überhaupt hingesetzt hab, geswitcht. So mein ganzes Equipment, Baby of Deck, meine Mutter, Digga. Digga, die Lobby ist so nice, man merkt es richtig, wie man die rapen kann, weißt du? Ja, der Stick ist irgendwie so, ist feucht irgendwie. Ja, ich hab ein bisschen draufge-jizzed, ich war ein bisschen aufgeregt. Er ist so rechts, wie so Formel 1, also vorbei. Du bist an ihm vorbeigelaufen. Ach, der C-Flagge? Digga, du bist so an ihm vorbeigelaufen. Digga, aber da war doch noch einer, der hier lang gelaufen ist, oder nicht? Ja, der C-Flagge. Und hinter mir ist noch einer, ich bin tot. So, Leute, also, ich würde sagen, wenn ihr das Video seht, dann waren wir gestern beim Livestream in London und haben das neue COD gesehen wie Franzos Marx. Na, Spaß, wir sind gerade absolut in der Vergangenheit, müsst ihr euch vorstellen. Also, World War 2 ist schon echt, echt cooles Spiel. Wie, bis eh, wenn die Leute schon vorher sagen, so. Das nächste COD wird so. So eine Schade, Geist. Hat irgendwer den Stuhl nach hinten gemacht, so? Kannst du einen Stuhl machen, wie du möchtest mal. Erzähl mir so was. So hast du immer so mit deinen Beinen ausgestirkt gemacht, oder was? Eigentlich nicht, aber der Stuhl, wie dir das gerade so anzupackt. Sieht so glücklich aus, Digga. Ich habe so die Beine angewinkelt und so einen Zocker-Guckel. Digga, hast du schon eine Erfindlichkeit? Ihr habt alle nicht mal zurückgemacht, kann das sein? Ihr habt nicht mal zurückgemacht. Hey, lol. Das Ding war das so komisch. Ich habe so 7er Sensi gespielt. Beide so, ah. Digga, hör doch auf damit. Digga, er schaut sich so hart, macht so Karneval, Digga. Ach so, gut zu wissen. So Leute, jetzt pass mal auf. Man nennt mich nicht um sonst die Black Ops 2 Legende. Nein, wo ist die A1? Jetzt, Leute, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich habe sie nicht aufgehoben. Jetzt ist es gleich vorbei. Ey, das gibt es doch nicht, Mann. Was mache ich denn? Ich mache keine Kills mehr. Dann fühlt sich schon kontrollierbar an. Komm her, los, komm. Ich kann scuffen, du nicht, komm. Ja, nein, wir kommen scheiß drauf. Okay, warte kurz. Ich will nicht sein. Komm, Digga. Kommt ihr jetzt mal rein, oder? Warte mal. Ey, man ist so überlaufen. Digga, warum sind hier so Araber auch am Start? Aber Shad, Panache, Aslak. Wir stehen 8, 8. Oh, ich habe fast, ich bin fast. Digga, erquittet raus, Digga. Okay, das liegt daran, dass ich das Impact Band noch über die Impact Cap machen muss. Jetzt kann die epische Musik anfangen, weil jetzt werde ich die Solo rapen, Digga. Ich meine es ernst, Digga. Ich meine es so ernst. Ich mache sogar, ich glaube, vor allem Band No Look, das ist eine B-Frage, Digga. Ich bin so gegen den Van gelaufen. Nein, ach komm. Okay, kommen die hier? Die kommen jetzt gleich, Digga. Ich muss jetzt einfach... Digga. Der hat Geist, Digga. Nein, der flasht. Oh mein Gott, Digga. Was ist denn los mit ihm? Er hat so ernst gemacht, Digga, er ist so in sein Mutters Ehre gesprungen. Ach, du bist sorry. Ich habe gedacht, okay, aber so, ich kann erst mal den Stuhl neu einstellen und so ganz geliehen. Das können wir halt nicht so machen. Es ist so schwer, ich habe so keine Hände auf dir. Boah. Was mache ich hier, Mann? So fürs Ego, was ist eigentlich die maximale Streak? Egal, ich glaube, drei oder so. Ich glaube, direkt meine erste Streak. Okay, jetzt geht es aber echt los, komm. Irgendwo müssen wir mal herrschen. Das war so kurz davor. Boah, echt so. Da ist ein Geschütz. Ich sterbe aber nur vom Geschütz dauernd, Mann. Bist du nur vom Geschütz? So. Ich bin nur vom Geschütz-Obgang. Alter, das kann ja nicht sein. Digga, ich werde so gespawnt, ich respawn und der Hunter-Killer fickt so meine Großmutter. Boah, das war krankes AIM, Digga. Wir werden jetzt so auf einmal so eine Art Halb-Minuten-Nuklear machen, das wäre so sick. Wem willst du karschen, ne? Er macht es so ernst, Digga. Er hat so die Spielchen mit mir gemacht. Gib mir mal die hier jetzt, okay, komm. So, mein Team breakt links. Er ist hier in der Ecke, Digga. Die locken von ihm vorbei. Are you? Digga. Jawoll, jetzt sind die Verschütz. Wo ist denn das Verschütz? Ja, ich glaube, ich down. Sit down. Ja, da einen, Digga. Ganz links. Wenn ich jetzt ans Cop-Car komme, das wäre echt big. Cop-Car, Digga, aus dem Cock. Oh, da kommt so eine Nate. Aslak, oh. Okay. Sit down. Okay, warte. Komm, nochmal. Oh, oh. Oh mein Gott. Blitzschlag, Digga, let's go, man. Jetzt gehen wir mal langsam positiv hier. Echt? Ich bin echt kurz davor, ne? Die wissen aber, dass ich hier bin. Komm, Blitzschlag. Jawoll. Ich schaue ihn noch raus und ich lebe immer noch. Und hol den auch noch. Let's go. Okay, die spawnen jetzt. Nicht die Waffe, du hast nur einen Schuss. Du hast einen Anstieg. Oh Gott. Ich spawn da nicht mehr. Ich spawn nicht mehr. Ich spawn out. Ich habe ihn Headbutt gegeben. Ja, das ist lächerlich. Mann. Jetzt gehören nicht mehr so die Tarn-Heli-Kill zu. Das ist so, wie wenn jemand so den Ball so vorlegt und einer muss nur auch reinschieben den Ball. Und ich, ich zelebriere jetzt so den Tarn-Heli, Digga. Jawoll, schön Tarn-Heli, mein Kill. War erst so geflasht, er weiß nicht, worum. Digga, der Tarn-Heli hat ihn so gespawnt-Kill. Oh, 30-17, Digga. 30-17, nice. Das war echt. Null Euro und nur verteidigen, absolut perfekt, oder? Ja. Chill, Digga. Sei nicht so eine Diva. Ist ein Snickers am Mann. Ich bin gerade sitzen. Der Almanische Rücken muss so gerade sein. Oh, Digga. Let's go. Jetzt chilliges Snipe, komm, jetzt gönn die Montage, Digga. Kommt der? Ey, wie fandst du eigentlich meine kleine Montage, die ich in euch im Black Ops 2-Video eingebaut habe? Ja, ich hab's noch nicht geguckt, Digga. Gib mir nacken, Digga. Oh, mein Gott. Chilliges Snipe. Ich wollte richtig sich sofort in den Stuhl hin, Digga. Hä, was? Ich will die gar nicht. FAL, jetzt kommt der zurück. Irgendeiner von euch hat einen nassen Finger, ohne Witz. Das fickt so meine Ehre, ne? Ich dachte gerade, der begeht so Ehrenmord, Digga. Scheiße. Oh. Oh, Digga. Die Tarnung sieht so... Ja, genau. Jetzt kommt Viral Apex, Digga. So, Digga. Ich weiß nicht, wie ich mit der FAL umgehen soll. Ich kann ja eigentlich sogar relativ schnell triggern, aber ich bin so kalt gerade. Haha, gut. Ich überlegt so, ja. Ich mach jetzt einen Kill, Digga. Ich hab einen Kill, dann bist du dran. Sonst ist meine Ehre so angegriffen. Jetzt pass auf, Digga, mir reicht es jetzt. Oh, nice. Komm her, Digga, jetzt reicht es mir. Oh. Oh. Ja, der streichelt ja echt hart. Guck mal, wie er sie genießt. Sie ist eigentlich echt nicht so schlecht, Digga. Ich, okay. Was? Da vorne, der linke Stick fühlt sich übelst geil an. Saut jetzt wieder, Jungs, für uns. Oh, ja, ja. Wenn du so Törner meines Lebens geben. Oh nein, sind das noch das 2, Digga. Lass mich. Entschuldigung. Geweiche von mir, Alter. Seins ist schlecht. Ja, perfekt. Jetzt haben wir bessere Attachments für die Enten 7. Ja, mit Barrel, einmal nach Schmerzel, Digga. Ich hecht so um meine Mutters Ehre hier runter, Digga. Ich hab nur noch 22 Schuss. Wurde, wieso halt. Ich hab nur noch eine Lock. Oh. Boah. Abwag kannst du schon bezorgen. Ja, stimmt. Absolut. Jawohl. Der Hechtsprung hat's grad wirklich gebracht. Warte, hier ist einer. Niemals. Vor allem halt so Hechtsprungen und Ghost machen mit diesem Blitz-Modus, Digga. Digga, ich hechte grad so um alles. Blitzscher, mach mal einen Kill? Weil die Waffe mit einer der schnellsten Killzeiten halt im Frühspiel. Die Ante haben, wenn du richtig Connerst. Ich hab aber grad eigentlich schon einen guten Streak am Rollen, glaub ich. Das sind so viele... Das ist alles nur Lack. Wer hat die Stungeber auf ihm... Du hast auf 5 gespielt. Noll. Das war Rennen von so schlecht. Hast du bei Spiel der Welt auf 5? Du hast wahrscheinlich nur... Du denkst so so... Oh mein Digga, die Ante-Szene war... Du hast so gesehen... Er hat den... Er hat den... Von Blue ges... Seine Warde ist so explodiert, Alter. Wisst ihr was, ganz ehrlich? Ich zeig... Ich mach diesen, Digga. Weil da kann man eine ganz spezielle Art und Weise spielen, die mir sehr gut gefällt hier. Das nennt man progressives Campen. Schau dir was hier hin. Warte. Jetzt kommt er eh von links. Guck mal, er wollte richtig schlau sein. Ich werde so von links kommen und meine Familie entärren. Ich liebe das so, ne? Digga, ich hab so paar... Digga, ich hasse es ohne Game-Sound. Oh, oh. Komm, glaub mir. Ja, er hat so Ego, Digga. Er soll es versuchen. Besser. Ich bin so arrogant jetzt in die Ecke springen, Digga. Guck. Boah, Digga, er weiß es noch nicht. Er weiß es noch nicht, Leute. Er weiß es noch nicht. Er weiß es noch nicht, Leute. Oh Gott, er weiß es echt noch nicht. Ach so, der holt mich natürlich. Digga, wie ich gesprungen bin. 17-7. Ja, danke dir, Digga. Alter, der Aave ist so gehechtig. Ja. Ja, warte. Kurz mal ansetzen. Ich seh ihn nicht mal, weil es so weit weg ist. Alles klar. Ich hab noch keine Kontrolle über diesen Controller. Ja, genau, Digga. Er gibt mir so Sully. Ronny O'Sullivan gibt ihn mir, Digga. Ich will einen so einbalsamieren, Digga. Ich geh wieder auf meinen Spot hier, Digga. Mir reicht. Er ist so durchgesprungen. Er hat so Selbstbewusstsein. Man kennt ihn, wie ein Rapper. Oh Gott, der hat mich so entehrt und entmachtet, Digga. Das ist schon echt schade, doch. Hättest du meine Mama im Kopf abgeschnitten? Dann musst du mal das Einbrötchen in die Brötchen backen, was? Da macht er mal das. Oh Gott. Krass, Digga. Ey, guck mal, wie viel Hits solche noch geben. Warte mal, warte mal. Ich bleib jetzt einfach bei der Sensi, Digga. Bei Elsa droppen sowieso so ein langsames. Oh, Digga. Da fehlt so Quickdraw und alles, ne? Quickdraw ist aber drauf. Da ist Quickdraw drauf? Ja. Das fühlt sich so eklig an mir. Ich werde jetzt hier hochgehen. Rath hat immer ohne Quickdraw gespielt, Digga. Nur schnell der Schad. Und jetzt werde ich hier hinkommen. Wir den holen. Ich geh hier hin, holen wir den D hier spawnen. Oh, er hat so Ego jetzt. Boah, das Tactical James hat Kon, ganz ehrlich. Er hat einfach nur Kon. Schäme dich, Digga. Jetzt, Leute, jetzt ist Endstation. Ich werde es bis zum Ende nicht mehr abgeben. No Joke. Ich werde nicht mehr abgeben jetzt. Angst, Digga, wenn ich hier lang gehe. Das C4 fehlt schon irgendwie. Das C4 fehlt mir so hart, Digga. In meiner Familie die Ehre fehlt. Seitdem ich eben so gefickt habe. Ich bleib jetzt hier, Digga, wirklich. Ja, seit Ende geflasht. Oh mein Gott, Digga. Digga, Leute. Mein Tier hält dann auch so an. Die auch noch ein bisschen Krieger. Es stehen immerhin 21 bis 12. Ja, also es muss ja klar gehen. Also Leute, checkt auf jeden Fall die Kanäle von den anderen beiden Jungs ab. Checkt meine letzten beiden Videos ab. Guckt mal, diese Killkanäle. Das ist ja vermass. Nee, Digga. Ich hab so einen Bauch geschossen. Also Leute, haut rein. Bis dann und ciao.